Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung und heute mal ohne Intro und ohne irgendwas. Warum? Weil es ein Zweitkanal ist von jemandem, den ich schon vorgestellt habe. Von diesem R-Player 73 und da möchte ich jetzt einfach nur ein bisschen klein machen, weil ja sein Hauptkanal schon vorgestellt worden ist. Deswegen nur kurz mal reingeklickt. Also hier geht es um bei Nightwide TV, nicht vergessen zu sagen, um Kanalvorstellung und laut Uploadplan halt Kanalvorstellung montags und Mittwochs Themen Ranking Show YouTube News. So ein kleiner News Channel, 33 Abonnenten bei 658 aufrufen und der Beitritt war am 30.08.2015. Also bei Kanalvorstellung soll man sich ja einfach melden, bei rplayer73.gmail.com. Ja, habe ich das mal gesagt. Und kurzer Einblick. Hier hast du ein Profilbild. Guck mal in meine Kanalvorstellung bei dir. Da habe ich das so gesagt, dass du das machen sollst. Hier hast du es so gemacht. Sieht besser aus als Kanalbild, ne? Und hier im Hintergrund hast du irgendwas, was ich nicht deuten kann. Vielleicht mal was anderes ausprobieren. Passt halt farblich nicht ganz so zusammen, ne? Kanalaufbau. Hast du ein bisschen alles einsortiert. Das passt schon, ja? Guck mal in die Videos rein. Da ist mir aufgefallen, äh, dass du keine Subnails benutzt. Nicht immer. Zum Beispiel hier YouTube News. Hast du Subnails? Da sind wir gleich. Das News würde ich bei Kanalvorstellung auch so machen. Weil du hast ja manchmal ein Bild. Ein Bild von dem Video. Also ich würde schon einen Kanal, irgendwie ich das mache. Ich habe da ein Haupt-Stand-Nähe und du das immer ein bisschen ändern für jeden Kanal. Damit man auch sieht gleich, ja, das ist die Kanalvorstellung. Gehen wir mal in die Playlist rein. Ja, hier hast du die Kanalvorstellung, YouTube News, Gameplay, Thema Ranking Show. Hoho. Aber ich würde dir auf den Weg geben, du bist ja auch nicht so groß. Ich ja auch nicht, ne? Mach das einfach auf deinen Hauptkanal mit, diese Kanalvorstellung und diese News. Das bringt am Ende wahrscheinlich mehr, als wenn du das jetzt aufsplitten tust. Aber das ist nur so am Rantel. Danke, dass ich hier nochmal mit drinne stehe, weil irgendwie sagte, kanäle, bing. Okay, dann war es das jetzt schon. Also schaut trotzdem mal drauf, wenn ihr einen Kanal habt, schreibt ihnen eine E-Mail, macht dann euch eine Kanalvorstellung. Wie immer, gebt ihr ein paar Daumen, ein paar Kommentare. Und als Dankeschön, dass ich auch diesen Kanal kommentieren durfte, ne, vorstellen durfte. Jetzt würde ich auch ein Abo. Also, okay, da war es das, Leute. Man sieht sich bei der nächsten Kanalvorstellung oder bei einem neuen Video oder vielleicht auch bei einem Let's Play. Mal gucken. Ja, also haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.